Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem Quick Gameplay Thoughts mit sehr vielen interessanten Sachen, die hier auch unsere Zukunft in League etwas mitbestimmen wird. Wir werden hier über die Item Updates gelabert, der Händler, wobei mir der egal ist, Balance der Position, ja, Jungle darf sich mal wieder auf was freuen. Ähm, was noch gerade mit dem Solar-Video da ein bisschen zusammenkommt, es geht um den momentanen Damage Output, den wir haben, um den Snowball-Effekt, den wir haben, Champions und auch ums Ranked, ja. Ähm, bevor ich aber anfange, ähm, für euch, heute ist Special Stream, ähm, er wird um 14 Uhr starten, ich glaube, ich werde aber ein bisschen im Verzug sein, ähm, von da müssen wir nochmal gucken, aber stellt euch ein, so 14 Uhr, 14.30 Uhr ungefähr, ähm, gibt's Stream, Link ist unten in der Beschreibung. Aber ja, Leute, ähm, wir hatten nicht mehr viele Quick Gameplay Thoughts, to be honest, die kommen langsamer als sonst, aber fangen wir doch eben einmal an. Ähm, eigentlich will ich darauf hier nicht großartig eingehen, wenn ich ehrlich sein soll, hier bläst ich right nur quasi selbst ein, yo, Digga, Leute haben voll flexible Item Builds, yo, voll krass, wir wollen aber haben, dass jeder Option hat, weil das nicht jeder hat, und so weiter und so fort, ähm, ist recht nicht interessant. Ja, hier ist einfach nur, yo, Digga, der neue Händler, der ist cool, den können wir aber nochmal cooler machen, ich find den, ich find den neuen Shop wirklich gut, wenn ich ehrlich sein soll, also, ähm, der ist für Neulinge wirklich sehr cool, ähm, für, ich sag mal, Veteranen war er halt, äh, Leute, ihr wisst doch auch, als der neue Shop draußen war. Ihr habt voll lange, lange gebraucht, um euch dran zu gewöhnen, ne, ähm, das ist irrelevant, das ist aber jetzt, die letzten, die nächsten Punkten sind jetzt der interessanter Shit, ja. Balance der Position. Da es im Zuge der letzten Force Season so viele Änderungen an den Gegenständen gegeben hat, wie selten zuvor, sind wir bereits davon ausgegangen, die Balance der Position anpassen zu müssen. Dabei haben uns sowohl die Auswahlrate, als auch die Fähigkeit einer Position, den Ausgang eines Spiels zu beeinflussen angesehen, um deren Stärke und Zustand zu bewerten. Ähm, ich will nicht sagen, dass der Support schwächer geworden ist, jetzt mit den neuen Items, ähm, Supports hatten anfangs Problematiken mit den Items, weil viele Support-Items auch ihre Probleme hatten, äh, Mandate als Beispiel, Mandate war ein, äh, problematisches Item. Ähm, Tank-Items waren komplett unbalanced im Sinne von, also Tank-Support-Items, weil Sunfire war das Beste und Chemtech und, wie hieß das andere Nummer? Und Frostfire, Gauntlet, die waren auch alle sehr teure Items, ähm, weshalb die da ihre Position hatten, aber es war nicht die Position selbst. ADCs, da wurde die Position wirklich den Arsch gebummst, weil man jetzt mehr Items braucht, um an den Crit ranzukommen, das heißt, ADCs spiken hier um einige. Und es ist schwächer. Es ist aber keine... Ja, ja, ja. Was die Zukunft betrifft, so sehen wir uns aktuell die Jungler genau an. Hierbei handelt es sich um eine der einflussreichsten und auch stärksten Positionen, die gleichzeitig jedoch eher unbeliebt ist, was wiederum darauf hindeutet, dass es ein Problem mit der Zufriedenheit oder der Zugänglichkeit gibt. Ähm, der Jungle muss immer die stärkste Position sein, ob er es will oder nicht, weil ich als Jungle immer Einfluss auf jede Lane habe. Es ist sehr schwierig, den Jungle zu balancen, ja, da muss ich das sagen, denn entweder gibst du einem Jungle Map Impact, aber machst den Champion dafür weak, dann heulen die Jungle rum, weil sie Tank spielen müssen theoretisch, oder Utility, weil sie 2 Level Behind sind als Beispiel. Ähm, oder du machst den Jungle stark oder den Jungler stark und er hat immer noch überall Einfluss auf der Map, weil er überall hinkommen kann. Ja, es wird unmöglich sein für Riot, ein Jungle zu balancen. Also, ich gehe mal davon aus. Also, ich finde schon, dass ein Jungle balancbar ist. Ich hatte ja auch im letzten Video einige Ideen abgegeben zum Beispiel. Ähm, aber es gibt dann ein Hauptproblem, weswegen auch der Jungle nicht zugänglich ist. Der Jungle ist nicht accessible genug als Lane oder als Position. Um, äh, wenn ihr mal bei meinen Coachings dabei seid, Leute, die Grundsysteme des Jungles sind schon komplex, viel komplexer als in der Lane. Denn als Jungler muss ich auch gleichzeitig wissen, wie eine Lane funktioniert. Ja, ihr kennt das, ihr habt einen Mega-Freeze, Jungle kommt vorbei, pusht rein und es regt euch mega auf. Gerade in den loweren Elos. Eine sehr schwierige Rolle, eine sehr komplexe Rolle. Ähm, deswegen auch dementsprechend eine sehr abschreckende Rolle, ja. Ähm, da tut mir Riot echt ein bisschen leid. Im Normalfall sage ich, Riot, was macht ihr da für eine Scheiße? Hier sage ich aber, okay, äh, schwierig, das zu machen. Wobei ich mir auch denke, Riot stellt mich ein, ich kann euch den Jungle fixen. Ich kann euch ein, ein gutes System für den Jungle machen, ja. So, wir haben an dieser Position in den letzten Jahren immer wieder kleine Änderungen vorgenommen. By the way, was, was, was für kleine Änderungen, Leute? Jungle, jeder von euch, der, der lang genug Jungle spielt, weiß genau, einmal im halben Jahr oder so oder einmal pro Jahr wird der Jungle mega verändert. Wie die Erweiterung des Fähigkeiten-Sets der Champions und Werkzeuge für den Jungle. Timer für die Lager auf der Minikarte und mehrere mögliche Wege, das stimmt. Achso, so mein erstes, ja. Ähm, der Jungle wurde über Zeit immer leichter, das stimmt. Früher haben wir noch unsere Jungle-Timer in den Chat schreiben müssen, damit wir wissen, wann der Rapper wiederkommt. Um mehr Chip ist die Möglichkeit zu geben, mit den ersten paar Monstern fertig zu werden. Diese kleinen Änderungen stellen jedoch, wie erwartet, keine umfassende Lösung dar, weshalb der Jungle eine Position ist, über die wir nach wie vor intensiv nachdenken. Sieht einfach daran, dass die versteckten Systeme im Jungle nicht durchschaubar sind für den Spieler, weil man dafür auf LOL-Viki und sowas nachschauen müsste, um zu wissen, wie der Jungle funktioniert. Ja, ähm, an dieser Stelle möchte ich jedoch erwähnen, dass die Spieler die neuen Gegenstände für den Jungle, dank denen man nur noch einen Anfangsgegenstand kaufen muss, um sich dann gleichzeitig, ja, 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 jetzt blasen die sich ja wieder selber ein. Yo, Digas, neue Jungle-Item ist PogChamp und das ist ziemlich cool. Ja, ähm, wir sind zuversichtlich, dass wir noch weitere Möglichkeiten finden werden, um die Rolle ansprechender zu machen, ohne das Grundlegen können und die Flexibilität zu beeinträchtigen, die die aktuellen Jungle lieben. Das kriegt Riot nicht hin. Das, was ich als Jungler mag, ist die Möglichkeit, überall meinen Einfluss drauf zu haben. Das, was ein Jungler aber nicht mag, gerade in den loweren Elos, ist es, keine Ahnung, Vertut und Blasen zu haben, so viel, ähm, Last auf den Schultern zu haben und man hat keinen Bock, Jungle-Diff zu hören und vom ganzen Team geflamed zu werden. Dass Jungle unpopulär ist, ist eher eine Sache der Community, ähm, weil, Jungle-Diff einfach. Du kannst von allen drei Lanes geflamed werden. Als Top-Lainer kann ich maximal vom Mittlerainer geflamed werden. So, dann war's auch. Maybe vom Jungler. So, keine Ahnung, ja. Jungle wird unbeliebt bleiben. Ich denke nicht, dass Riot das gefixt bekommt. Schadenspitzen. Bei der Veröffentlichung der 4-Season haben viele Spieler eine Erhöhung der Schadenspitzen, die hauptsächlich durch aktive und passive Fähigkeiten von Gegenstand entstanden sind, wahrgenommen, äh, sind wahrgenommen, die weit über das hinausgegangen sind, was unserer Meinung nach ein ausgeglichenes Gameplay darstellt. Wenn der Schaden zu hoch wird, leiden die Kontermöglichkeiten und die Entscheidungsfindungen während des Kampfes, weshalb wir auch umgehend mit der Analyse des Problems begonnen haben, als wir genug Daten aus der 4-Season gesammelt hatten, um sicherzustellen, dass es sich bei diesen Werten nicht nur um die Auswirkungen der Aktualisierung handelt. Ich könnte bei Gott schwören, dass Riot mal gesagt hatte, vor 2-3 Monaten, dass der Damage in League immer noch gleich geblieben ist. Aber ich hab da jetzt nix. Aber ich könnte schwören, ich hatte das gelesen, ja. Aber das stimmt, Damage ist mega eklig. Damage ist mega eklig in League und es ist straight up zu hoch. Im Laufe des Patches haben wir mehrere Schadensquellen, ah, okay, hier steht jetzt eigentlich nichts Wichtiges drin, ey, wir wollen haben, dass Assassins immer noch genug Damage machen, ja, oder dass Burst Mages immer noch genug Damage machen. Warum hat Gary zu töten? Wir checken aber ab, wie viel Damage Talon, Season 11 gemacht hat, Season 10, Season 6 und so weiter. Ähm, also... Ich finde es gut, dass Riot sich den Damage anschaut. To be honest. Ähm... Da wird aber die Problematik sein, also ich finde, man sollte den Damage in League um 10% nerfen. Ungefähr. Ja, Leute, wie sehen Teamfights heutzutage aus? Irgendjemand berührt den anderen mit seiner Fingerspitze und die Person platzt und du hast ein 5 gegen 4. Dann ist League in der Natsche, ja. Die Fights gehen nicht länger als 5 Sekunden. Ein Teamfight, ja. Weil jeder eine Rotation macht und entweder platzt sein Gegner oder er platzt nicht. Und einer platzt immer, ja. Ähm... Finde ich schade. Finde ich schade. Also ich hab League kennengelernt als strategisches Game. Jetzt ist es einfach nur Battle Royale. Kommt zum Drachen alle 5 Minuten und haut euch dann einfach einen auf die Fresse. Nicht mein Ding, aber ich finde es cool, dass Riot das anschaut, ja. Snowball-Effekt. Okay. Ein weiterer Aspekt, den wir uns immer angesehen haben, ist der Schneeball-Effekt, der uns zeigt, ob die Entscheidungen der Spieler Einfluss auf alle Phasen des Spiels haben. Eins unserer Ziele für die Vorseason war es zu verhindern, dass das neue Gegenstandssystem zu stark wird, wofür der Schneeball-Effekt ein guter Indikator ist. Wenn der Schneeball-Effekt nämlich zu hoch wird, bedeutet das, dass Spieler, die ihre Gegenstände früher fertigstellen als ihre Gegner, einen noch größeren Vorteil haben. Aktuell scheint der Schneeball-Effekt auf einem ähnlichen Niveau zu bewegen, wie in der letzten Season, was gut ist. Das macht aber keinen Sinn. Du kannst mir nicht sagen, dass der Damage höher ist, aber der Snowball gleich geblieben ist. Das macht doch gar keinen Sinn, weil die Tankiness sich gar nicht verbessert hat, der Champions. Oder? Denkt ihr, äh, Leute, sagt ihr genau das, denkt ihr genau dasselbe? Dass, wenn der Damage höher geht, der Snowball gleich bleibt? Weil irgendeiner kriegt da vor dem anderen vorher sein Damage, Snowball früher und fickt den weg. Das macht gar keinen Sinn. Ja, ähm, also ich hab öfters angefangen, nicht an das zu glauben, was Riety schreibt. Ähm, ich weiß nicht, wo jetzt ihre Daten herhaben. Vielleicht achten die auch mehr auf, es gibt so einen, so einen Spruch, glaub keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Ja? Ähm, und ich glaube, das trifft bei Riot auch mal gerne öfters zu. Natürlich ist meine Meinung nur subjektiv. Ja, Rief und Riot kann objektiv sein. Kann sein. Ich hab nicht Zugriff auf deren Statistiken. Ja? Ähm, aber ich finde, das widerspricht sich persönlich. Ich finde, das widerspricht sich persönlich. Neue Champions und Überarbeitungen. Ähm, die Champions, die wir im Jahr 2020 veröffentlicht haben, waren sowohl zufriedenstellend, als auch optisch ansprechend. Die Thematik und Gameplay-Aspekte von Seth, Fiddle, Woli, Yon, Samira, Seraphine und Rell haben darauf abgezielt, innerhalb ihrer Rolle und, äh, Arc-Type, ne, Archetypen, sag mal Archetypen auf deutsch, sag mal Archetypes, ist, glaub ich, leichter, ähm, breiten Anklang bei den Spielern zu finden, das stimmt gar nicht. Rell ist mega unpopulär, obwohl sie actually gut ist. Die Spielbändis bei der Veröffentlichung hat sich im Vergleich zum Jahr 2019 ebenfalls deutlich verbessert und Samira war der einzige Champion, der etwas über das Ziel hinausgeschossen ist. Seth war sehr problematisch, ja. Ähm, Fiddle ist fein, Woli ist fein, Lilia ist fein, äh, Yon, question mark, Seraphine ist mega broken, im Moment. Aber okay, ne, wenn man es mit Aphelos vergleicht, als Beispiel, ähm, mit Ogots, mit Akabakali 2019? Ah, das kann sein, das kann sein, das kann sein, das kann sein, okay, okay, ich, ich geb Riot recht, okay, mit dem Ogots, Irelia, Arthrox und, einen hab ich vergessen, einen hab ich vergessen, Rework, ja, und, und Aphelos Release ist das nix. Ähm, in diesem Jahr wollen wir den Gut für League Aspekt von neuen Champions und Überarbeitungen weiter vorantreiben. Dazu gehören auch Dinge wie starke und klare Kontermöglichkeiten, einzigartige Fähigkeiten Sets, die jede Erweiterung des Champion Pools rechtfertigen. Eine durchschnittliche, geringere Komplexität und einzigartige Thematiken, um unsere IP auch in weiteren beliebten Bereichen zu vergrößern. Also, an dieser Stelle möchte ich betonen, dass 2020 in diesem Bereich deutlich besser abgeschnitten hat als 2019. Wir wollen im Jahr 2021 dennoch einen Schritt weiter gehen. Ähm, da geb ich Riot recht. Ich geb denen actually recht. Ähm, die Thematik in diesem Jahr soll ja alles um den Rune King gehen und die Shadow Isles. Das heißt, Champions werden auch dementsprechend released. Finde ich sehr interessant tatsächlich. Wenn sie, wenn Storylines deine Champion-Releases mit beeinflussen. Ich glaub, Riot meinte auch, dass in diesem Jahr sechs neue Champions rauskommen sollen. Wenn ich mir nicht irre. Ähm, dann noch einige Reworks. Finde ich tatsächlich nice. Ich weiß nicht. Ich find das... Also, Riot macht gute Champions. Riot macht gute Champions. Es macht immer fun, diese Champions zu spielen. Ähm, ob es fun macht, gegen diese Champions zu spielen, ist eine andere Sache. Ähm, und ich bin sehr hart gegen den Release von neuen Champions. Nicht, weil sie mir nicht gefallen. Sondern, weil Riot es immer schafft, diese Champions meta as fuck zu machen. Die sind niemals weak. Die sind meistens eher too strong. Ja? Und dann braucht Riot ein halbes Jahr oder teilweise ein Jahr, um sie balanced zu machen. Schau dich mal Samira an, Leute. Ich find Samira-Mitarbeiter ist völlig fein. Sie hätten nur ihre passive nerven müssen. Nee, Riot wollt ihr nicht. Schau dich mal Akali an. Okay, Akali ist immer noch... Ist immer noch dumm, ja. So, Champions verlieren immer sehr, sehr viele Mechanics. Ähm, weil sie zu stark released worden sind. Wo ist denn ihr Gameplay-Test-Team? Wo sie immer sagen, ja, Leute, die sind alle D1+, alle gute, alle gute Spieler. Challenger, Digger. Und dann haben wir irgendwelche NA-Clones. Rangliste. Wir haben sowohl während der Vor-Season als auch zu Beginn der aktuellen Rangliste-Season einige kleine Verbesserungen für die Rangliste veröffentlicht. Diese Verbesserungen haben im Großen und Ganzen zu einem reibungslosen Aufstieg mit Spielern zwischen ausgelegten Teams und weniger Smurfs geführt und dafür gesorgt, dass die Konstanz wichtiger geworden ist, als die Siegestrinne. SmurfQ war Riots beste Idee, die es gibt. Oh mein Gott, war SmurfQ mega fucking gut. SmurfQ ist die beste Idee, die Riot je gemacht hat. Und wenn mir irgendeiner sagt, Silphi spielt jedes Game gegen Smurfs, ist er ein Lügner oder er ist selbst ein Smurf. Anders geht es nicht. SmurfQ-PogChamp. Wir haben zu Beginn der Season ein Problem gefunden, durch das die GSW... Was ist GSW? ...langsam angepasst wurde, wodurch die LP-Gewinne etwas niedriger die... Grundsatz... Ich hab von dem Wort gehen noch nie gehört. Ich weiß... Ey, Chat, was ist GSW? Ja. Blablabla... Wir werden weiterhin alle Aspekte der Rangliste im Auge behalten, um sicherzustellen, dass die Erfahrung wie vorgesehen funktioniert. Außerdem werden wir die Rangliste im Verlauf des ganzen Jahres beobachten, um herauszufinden, ob die Verbesserungen langfristig positive Auswirkungen haben, die die Ranglistenspiele zu einer besten Erfahrung machen. Ey, Ranked ist tausendmal besser. Ich brauch keine Promos mehr. Wer sagt denn schon? Sollte ich sagen euch genau, was hier passieren wird, ja? Riot wird einfach random entscheiden, ob eine Änderung gut war oder nicht. Ja, und dann wird sagen, ja, wir haben Statistiken gemacht und wir haben gesehen, dass Spiele aufhören auf DR4 0 LP zu spielen und so. Ich würd sagen, Bullshit, Digga. Bullshit. Die wollten einfach haben, dass die Leute länger spielen und ändert dann wieder das System auf Promotion zurück, damit Leute abgefuckt sind. Ich trau das Riot zu. Also, wer damals bei Dynamic Queue dabei war, der weiß, dass Riot uns auch mal gerne anlügt. Denn es hieß, also Dynamic Queue war Flex Queue. Es gab nur Flex Queue und Flex Queue war die neue Solo Queue. Es gab keine andere Rangliste mehr. Das heißt, du konntest mit 1, 2, 3 und 5 Leuten ins Ranked reingehen und wenn du Pech hast, darfst du gehen, ganz Fnatic spielen. Ja? Und es hieß, ja, das probieren wir mal nur in der Pre-Season aus, weil Pre-Season ist ja nicht so wichtig. Haben alle gesagt, okay, ist Pre-Season, wen juckt? War okay. Und was ist, Leute? Wir durften ein halbes Jahr lang war Dynamic Queue unsere richtige Ladder. Und wenn du keine Freunde hattest, ja, hast du Pech gehabt, kannst du dich in den Arsch ficken gehen. Weil als Einzelspieler hast du verkackt. Dann bist du Einzelspieler gegen 3, äh, mit, mit, also, 2 Einzelspieler, 3 Premates gegen ganz Fnatic. Ja? War nicht so lustig. Ähm, overall, ich freu mich eigentlich immer, immer über die Quick Gameplay Thoughts, weil sie mir wenigstens eine Richtung geben, in die Riot gehen möchte. Ich finde, wir brauchen noch einige neue Items generell. Ja, ich finde nicht, Items sind generell nicht accessible für jeden Champion, aber das stimmt. Viele Champions haben die Möglichkeiten, um ein bisschen anders zu bauen. Der Shop Change ist geil. Balance der Position hierauf bin ich gespannt, was Riot für den Jungle machen möchte. Ähm, ich finde, Jungle ist einfach ein, eine Lane, die von sehr vielen unsichtbaren Systemen beeinflusst wird. Ähm, und es hat auch so viel Druck auf den Schultern, dass dann immer Jungle Diff mal gerne kommt. Damage ist zu hoch, straight up. Ich glaube nicht, dass das Snowball-Effekt gleich geblieben ist. Ähm, weil wenn ich vor meinem Gegner Mythic fertig habe, weil ich ihn bereits besser snowballe, ähm, glaube ich nicht. Glaube ich nicht, ja. Neue Champions, ich freue mich eigentlich auf, also theoretisch freue ich mich auf neue Champions. Visually immer sehr appealing. Auch wenn ich mich immer beschwere, dass diese Champions balancing-technisch sehr, sehr kacke sein werden. Und by the way, Leute, ähm, wie ego ist es? So, ich sehe da ganz viele High-Elo-Jugner ausschreiben, wie unbalanced dieser Champion ist. Ähm, aber es heißt immer, Silvi, was laberst du für eine Scheiße? Ja. Jetzt guckt doch erstmal an, wie der Champion ist, wenn er released worden ist. Ähm, und Ranked Changes finde ich sowieso super. Ja. Aber Leute, ihr könnt wie immer eure Meinung in die Kommentare reinschreiben. Das Video war jetzt auch ein bisschen länger als gedacht. Es wurden aber auch sehr viele interessante Themen gecovert, fand ich zumindest. Ähm, und nicht vergessen, Special Stream ist heute. Ich bin dann aber auch erstmal weg. Tschö, tschö, hau dir rein und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.